Herzlich willkommen bei Immolava. Mein Name ist Jan Winter und ich habe Ihnen heute eine tolle Immobilie mitgebracht. Vielleicht das neue Traumhaus für Sie. Ein Zwei-Familien-Haus mit insgesamt elf Zimmern in Kaltenkirchen. Neben einer vollständigen Eigennutzung ist es wunderbar, als gewerbliche Fläche zu nutzen. Der große, ebenerdige Anbau eignet sich als Praxis, Büro oder Kanzlei. Aktuell ist der Anbau vermietet. Großzügige Räume, hervorragender Zustand, hochwertige Ausstattung und ein riesiger Kellerbereich. Und vieles mehr erwartet Sie hier. 380 Quadratmeter Wohnfläche. 1.392 Quadratmeter Grundstück. Hier können Sie Ihren Traum wahr werden lassen. Kurz zusammengefasst die wichtigsten Fakten. Das Haupthaus Baujahr 1966. Der Anbau Baujahr 1963. Beide saniert. Ein neues Dach und Dämmung von 2013. Neue Gasheizung mit Brennwerttechnik von 2018. Energieklasse E. Der Kaufpreis beträgt 748.000 Euro. Käufercottage von 6,25 Prozent inklusive Umsatzsteuer. Schauen wir uns das Gebäude noch einmal etwas genauer an. Das große Wohnzimmer mit ca. 35 Quadratmetern lebt zum Verweilen ein. Weiterhin finden Sie hier einen Innenkamin mit Heizkassette und auf der 70 Quadratmeter großen überdachten Terrasse einen Außenkamin. Die Wohnräume sind alle mit Eichenholzlaminat ausgestattet. Die Küche und die Bäder sind gefließt. Auch die Küche ist modern und vollkommen ausgestattet. E-Geräte und Einbauten sind bereits vorhanden. Zu beachten, das Badezimmer im Obergeschoss ist noch nicht fertiggestellt. Der neue Eigentümer kann das Bad nach eigenen Wünschen fertig sanieren. Im Keller erwarten Sie neun Räume. Davon sind zwei zurzeit wohnlich gestaltet. Einer mit Kücheneinrichtung und ein Raum ist als Werkraum zu nutzen. Weitere Extras. Fünf PKW Außenstellplätze, eine Doppelgarage sowie ein Stellplatz für ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen. Haben wir Ihr Interesse für dieses Traumhaus im Kreis Segeberg geweckt? Wunderbar! Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Alle wichtigen Fakten sowie unsere Kontaktdaten sehen Sie nun im Abspann.